Meine Damen und Herren, in Ergänzung unserer Programme übertragen wir nun vom 27. Chaos Communication Congress in Berlin die Diskussion Netzneutralität und Quality of Service. Ein Widerspruch? Die Moderation hat Ulrich Blumenthal. Wir schalten jetzt um in das Berliner Kongresscenter. Guten Abend meine Damen und Herren hier im Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz, vielleicht älteren Mithörern und Beisitzern bekannt als die Kongresshalle neben dem Haus des Lehrers, damit wir geografisch wissen, wo wir uns befinden. Die Moderation hat neben mir mein Kollege Peter Welchering, Ihnen vielleicht aus den Sendungen Forschung aktuell und Computer und Kommunikation auch bekannt. Für uns heute hier auf Dokumente und Debatten eine Premiere, denn wir können erstmals in Kooperation vom Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs berichten und diskutieren. Das Thema Netzneutralität und Quality of Service, Fakten auf den Tisch. Wir haben hier einen riesig großen, runden Saal, damit Sie am Radio und im Internet vielleicht irgendwie eine Vorstellung haben von dem, wo wir hier sind und uns vielleicht dann besser verstehen, der bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Vielen Dank an die, die gekommen sind. Ich hoffe, es wird für Sie eine interessante Diskussion. Und damit Sie alle noch mal wissen, wie der Fahrplan für die nächsten 80 Minuten ist. Wir haben uns vorgestellt, dass wir so bis 19.30 Uhr hier oben auf dem Podium diskutieren und dann die Fragen aus dem Saal zulassen. Es gibt auch noch zwei, man würde es neudeutsch sagen, Webreporter. Wir haben auch jemanden, der diese Webs und die Meinungen und Twitter und Facebook und Co. und so weiter dann auch mit über Mikrofon hier im Saal in die Sendung bringt. Wie gesagt, mein Name ist Uli Blumenthal, Forschung aktuell und Peter Welchering mein Co-Moderator. Ja und Netzneutralität, das war 1969, als eben das Internet anfing, ein ehrenes Prinzip. Heute diskutieren wir darüber. Netzneutralität heißt eigentlich etwas ganz Einfaches, nämlich, dass jedes Datenpäckchen im Internet gleich ist. Unabhängig vom Sender, unabhängig vom Empfänger, unabhängig wie es transportiert wird und auch unabhängig davon, was es tatsächlich dann als Inhalt hat. Diese Netzneutralität wird angezweifelt. Das ging so lange gut, als man davon ausging, Endgeräte sind dumm, also es herrscht so eine Art Subsidiaritätsprinzip im Netz vor. Das heißt, die Endgeräte, die im Prinzip alle Aufgaben übernehmen, die eben das Netz so nicht leisten kann, die entscheiden auch darüber, dass die Datenpäckchen versendet werden oder empfangen werden. Und das Netz selbst hat diese Aufgabe, da nicht weiter wahrzunehmen. Aber weil diese Endgeräte im Prinzip nichts anderes können, als eben nur Datenpäckchen versenden und empfangen, deshalb werden sie auch eben alle gleich behandelt. Nun hören wir, der Datenschau ist da, wir hören, die Kapazitäten werden immer enger, es kommen Forderungen der Telekommunikationskonzerne, wir brauchen Investitionen in Milliardenhöhe. Und deshalb müssen wir über Netzneutralität nachdenken und müssen darüber nachdenken, wie bekommen wir Tarifierungsklassen hin, wie können wir eine Überholspur, wie können wir Mauthäuschen im Internet einrichten. Und die eigentliche Frage dabei, die ist in der Vergangenheit nicht so oft gestellt worden, wollen wir das eigentlich? Und wenn wir es nicht wollen, wer entscheidet darüber? Über Netzneutralität diskutieren heute drei Herren hier oben auf dem Podium und wir haben verabredet, dass Sie sich ganz kurz, ich hoffe, es wird Ihnen gelingen, selbst vorstellen, ich stelle einfach mal die Namen erstmal allgemein vor. Das ist Andreas Bock, das ist Falk Lücke und das ist Scusi und ich denke, dass Scusi sich erstmal ganz kurz selbst präsentiert. Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Scusi, ich habe einen Blog im Internet, scusiblog.org, bin Mitgründer vom AK Zensur, was ja auch so ein Stück weit in die Netzneutralitätsdebatte reinspielt. Damit kann man im Extremfall auch Inhalte unterdrücken. Ja, beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Computertechnik, mache das auch beruflich und bin seit einigen Jahren eigentlich auch sehr aktiv in Sachen Schnittstelle zwischen Politik und Netzwerktechnik. Ich gebe mal weiter an den Andreas. Die zweite, Andreas Bock, links von mir. Ja, die allermeisten kennen mich bestimmt. Ich habe ein bisschen die Schuld daran, dass dieses Panel hier heute stattfindet, weil Markus Becke da an mich vor einer Weile eingeladen hat, noch mal einen Podcast zu machen mit ihm zum Thema Netzneutralität. Und seine Augen wurden innerhalb des Gesprächs immer größer und er sagt dann hinter mir zu mir, da hast du jetzt aber gerade gut die CDU-Position wiedergegeben. Da fühlte ich mich so ein bisschen getroffen. Und da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, was in Definition von Netzneutralität wirklich ist und wo man das braucht, wo man das nicht braucht, wo es vielleicht doch Sinn macht, nicht alle Pakete gleich zu behandeln, sondern unterschiedlich. Ja, kann ich gleich noch ein bisschen referieren. Jetzt will ich erstmal weitergeben an Falk. Falk Lücke. Ja, Falk Lücke, mein Name. Der eine oder andere hat mich im Laufe der vergangenen Jahre in meiner Funktion als Referent für Verbraucherrechte in der digitalen Welt beim Verbraucherzentrale Bundesverband mal in irgendeiner Form erlebt. Sehr beschäftigt da in dem Beruf mit Datenschutz, aber auch mit Netzneutralität. Und zum Thema Netzneutralität war ich genau wie Andreas Bock auch als Experte bei der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Internet und digitale Gesellschaft, speziell Netzneutralität in dem Fall, geladen. Und wir haben uns natürlich dann auch dort schon ein bisschen, sagen wir mal, vorab etwas gestritten, was wir hier heute vielleicht ein bisschen weiter intensivieren können. Allerdings muss man sagen, natürlich ist es schade, dass wir hier keine Firmenvertreter mit auf dem Panel haben. Hätte auch im Ganzen noch ein bisschen mehr Würze geben können. Weiß ich nicht unbedingt. Also ich finde, das Problem ist, dass innerhalb der Community die Meinung darüber, was Netzneutralität ist und wozu man sie braucht, so weit auseinander geht, dass wir vielleicht uns einfach selber klar machen müssen, was es technisch bedeutet und was es politisch bedeutet, bevor wir uns mit den politischen Gegnern unterhalten. Also es ist völlig klar, dass irgendwie eine Telekom sieht, Google verdient viel Geld an YouTube, wir wollen davon was ab. Das kann man dann auch nicht vorwerfen, das ist aber nichts, womit man sich in einer Debatte auseinandersetzen muss. Worum es mir eigentlich geht, ist irgendwie, wenn mich morgen jemand fragen würde, wie soll die Regulierung aussehen, was schreiben wir denn da rein? Also was halten wir denn als Community für richtig? Und irgendwie die Debatten, die ich erlebt habe intern, liefen halt so weit, dass Leute sich sowas an den Kopf geworfen haben, wie Leute wie du sind der Grund dafür, dass wir Regulierung brauchen. Also es ist einfach ein in der Community erheblich umstrittenes Thema und deswegen freue ich mich eigentlich, dass es erstmal in diesem Kreise bleibt und wir versuchen mal herauszufinden, was unsere gemeinsame Position zu dem Thema ist, wo es Unterschiede gibt, was sind solide technische Argumente und wo muss man sagen, hier muss man einen regulatorischen Riegel verschieben. Dann geben Sie einfach mal einen vor, was ist Netzneutralität? Ich hole mal ein bisschen raus. Also die simple Definition von Netzneutralität, die wir eben gehört haben, ist ja, alle Pakete werden gleich behandelt. Das klingt erstmal ganz gut. Ich empfehle mal nach Dodik-Hakophonie zu googeln. Es gibt da einen sehr hervorragenden Beitrag über 12 Ton Musik, da werden auch alle Töne gleich behandelt. Das klingt bloß immer scheiße. Ich habe ja, wenn ich IP-Pakete verschicke, durchaus unterschiedliche Ansprüche an das, was da passiert. Nehmen wir mal an, ich schmeiße irgendwie den Torrent an und will einen dicken Download machen, weil immer wieder ein neues Ubuntu rausgekommen ist oder was auch immer. Dann spielt es für mich eigentlich keine Rolle, ob dieses Paket 100 Millisekunden unterwegs ist oder 500, wie groß der Jitter ist. Hauptsache so unterm Strich kommt eine Bandbreite raus, die ungefähr meiner Leitung entspricht, weil dann fühle ich mich gut, dann ist meine Leitung schnell. Wenn ich ein IP-Telefoniegespräch führe, brauche ich nicht viel Bandbreite. Da reichen irgendwie so ein paar Kilobit aus. Aber da sollen bitte die Pakete erstens alle ankommen und zwar mit nicht zu großer Verzögerung, nicht zu großem Jitter, damit man sich noch menschlich unterhalten kann. Wenn ich ein Game spiele, dann möchte ich auch, dass ich möglichst schnell mein Paket beim Server und zurück habe. Interessiert mich die Bandbreite auch nicht so wirklich. Und ich sehe einfach, dass es aus technischen Gründen unterschiedliche Anforderungen meinerseits an die von mir verschickten Pakete sind. Und ich würde Netzneutralität daran festmachen, dass die Art und Weise, wie diese Pakete behandelt werden und abhängig davon ist, was ich denn beauftragt habe. Also verglichen mit einem Postpaket, ja, ich kann zur Post gehen und dann kaufe ich irgendwie ein normales Paket, das ist dann drei Tage unterwegs und wird beim Nachbarn abgegeben. Oder ich kaufe Express, das soll dann am nächsten Tag kommen, kommt am übernächsten Tag, ist aber immer noch schneller. Also das ist völlig, ist der Post egal, was im Paket drin ist. Die macht das nicht auf und guckt nach, ob da vielleicht verderbliche Lebensmittel drin sind, weil sie besser für mich weiß, wie schnell sie das dann transportieren muss. Nein, ich entscheide. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo für mich die Netzneutralität liegt. Ich denke, wir sind uns hier auf dem Panel und auch sicherlich im Publikum einig, dass in dem Moment, wo ein Provider seine Marktmacht ausnutzt, also sagen wir mal, die Telekom sagt, ich habe hier ganz viele Anschlüsse, ich habe eine Monopolstellung und deswegen nehme ich von Google mehr Geld, weil irgendwie die haben so viel Geld und das schöne Geld, das könnte auch ich haben, wo also sozusagen die Neutralität der Teilnehmer verletzt wird. In der Stelle, wo gesagt wird, naja, wir müssen hier aber bitte und langsam machen, weil jetzt sieht die Musikindustrie nicht so gerne, es ist ein klarer Verstoß gegen Netzneutralität. Und irgendwo da ist die Grenze. Also ich finde, zu sagen, alle Pakete werden gleich behandelt, ist einfach aus technischen Gründen nicht angebracht. Zu sagen, es ist völlig egal, sondern auch die Telcos machen, was sie wollen, finde ich auch nicht den richtigen Weg, sondern für mich fängt der Eingriff da ein, wo in die Pakete reingeguckt wird, wo geguckt wird, wer ist Sender, wer ist Empfänger und nicht, welche Briefmarke habe ich gekauft. Da würde ich gerne sofort widersprechen ein bisschen. Einfach nur um dem Ganzen auch ein bisschen die Dimension der Diskussion auch ein bisschen klar zu machen, auch im Publikum. Ich denke, das ist auch für alle, die hier sitzen, wichtig zu verstehen, wo da auch ein bisschen die Konfliktlinien liegen. Also Andreas Burg hat uns gerade erklärt, was für ein Internet gerne Andreas Burg hätte. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Er hat bestimmte Anforderungen daran. Er möchte zum Beispiel Voice-over-IP nutzen. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht möchte ich es auch, vielleicht aber auch gar nicht. Es kann auch sein. Vielleicht habe ich ganz andere Bedürfnisse. Haben wir aber ein Internet für Andreas Burg, haben wir eins für Falk Lüke, haben wir eins für Scusi, eins für Peter Welchering. Also ich weiß nicht, ob das so wirklich zielführend ist, das so zu betrachten. Denn natürlich ist es so, dass Daten an einem gewissen Punkt dann eben nicht mehr sozusagen in deinem kleinen letzten Meilennetz irgendwo rumlaufen, sondern dass sie natürlich im ganzen großen Netz verschickt werden müssen. Und da kommen wir dann an die Konfliktlinien heran. Wer definiert denn, was wichtig ist? Was für Andreas wichtig ist, haben wir jetzt bislang schon gehört. Das kann ich auch nachvollziehen aus Andreas Sicht. Vielleicht ist aber für jemand anderes was ganz anderes wichtig. Und das ist das, was ich in dieser Diskussion immer wieder zu hören kriege. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig nervt, insbesondere von relativ großen Playern, die einen Dienst nach dem anderen ins Internet drücken eigentlich, wo sie alternative Netze für diese Dienstleistung abschalten oder abschalten wollen. Und dann an der Stelle einfach sagen, gut, aber das sind jetzt Dienste, die erfordern eine gewisse Mindestqualität in irgendeiner Art und Weise. Also ob das jetzt Videostreaming ist, Voice over IP, Telemedizin, auch sehr gerne genommen als Beispiel. Also diese ganzen Dinge, wer entscheidet denn, was wichtig ist? Wer von euch möchte denn hier in diesem Saal oder auch draußen an den Rundfunk-Empfangsgeräten bitte entscheiden, was für ihn jetzt wichtig ist, beziehungsweise was für jemand anderes wichtig ist? Denn mir wird immer gesagt, ja bei einer E-Mail ist es doch egal, ob die ein bisschen früher oder später ankommt. Na, also vielleicht ist das für mich wesentlich weniger, egal ob jetzt dein Games-Account irgendwo ein bisschen ruckelt. Nehmen wir den Dritten in der Runde, Scusi. Jeder hat seine Vorstellungen, jeder hat seine Anforderungen, jeder hat seine Ideen. Wenn wir die alle auf den Tisch legen, ja, was passiert dann? Chaos. Ja, wir haben ja alle unsere Datenpakete schon im Internet und es funktioniert immer noch, oh Wunder. Also ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Ich habe auch so meine Anforderungen an meine Netzwerkpakete und ich mache bei mir selber im Netz auch Traffic Management und prioritisiere BitTorrent ein bisschen weniger stark als SSH zum Beispiel, weil ich will, dass wenn zu Hause der Torrent läuft, ich von Remote trotzdem noch auf meine Kiste komme. Typisches Alltagsverbraucherproblem. Insofern kann ich den Andreas da verstehen mit seiner Vorstellung. Auf der anderen Seite möchte ich für meine Datenpakete auf keinen Fall, dass zum Beispiel Dienste von mir diskriminiert werden gegenüber anderen Diensten. Ja, also man muss auch zum Beispiel bedenken, dass viele Sachen, die heutzutage sehr groß und sehr beliebt sind und die weite Teile der Leute, die hier sitzen oder uns zuhören, nutzen, YouTube zum Beispiel, ohne Netzneutralität hätte YouTube nie entstehen können. Die wären gar nicht so weit gekommen. Und bei Telemedizin oder so finde ich ja, ey Leute, wenn ihr solche Anforderungen habt, dass das Internet euch nicht reicht, dann müsst ihr euch halt einen Satelliten mieten oder euch eine Standleitung da hinsetzen oder irgendwas machen. Aber dann reicht es halt für euch nicht. Also ich will auf keinen Fall, dass große Player ihre Quasi-Monopolstellung ausnutzen, um ihre eigenen Dienste und Angebote oder die ihrer Partner, ihrer Bevorzugten entsprechend zu bevorzugen, entsprechend als einziges verfügbar machen. Und was auch nicht passieren darf, ist, dass man in jedes Paket reinguckt und praktisch, also ich meine bei Post und bei Paketen, bei Briefen haben wir ein Briefgeheimnis, da darf auch niemand reingucken ohne driftigen Grund. Und ich finde es problematisch, wenn Sie in Zukunft in meine digitalen Pakete reingucken, weil es wird immer mehr digitalisiert und was vor Jahren noch per Post und Paket lief, wird heute digital verschickt, also man lädt sich halt einen Film runter und keine DVD mehr im Päckchen. Die DVD im Päckchen, da darf keiner reingucken, was ich da für eine DVD verschicke und wenn ich es jetzt digital mache, dann soll man da plötzlich reingucken und wenn das irgendwas ist, was irgendjemand anderes böse für böse hält, dann wird das langsamer oder gar nicht mehr zugestellt oder so. Ich finde, das kann nicht sein. Also ich würde gerne noch an einen Punkt ein bisschen anknüpfen und zwar hast du das gerade ein bisschen angesprochen mit dem Thema Deep Packet Inspection. Provider argumentieren, beziehungsweise Provider-Vertreter, vielleicht sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass ein Provider durchaus auch aus seinen Administratoren und Ähnlichem besteht, nicht nur aus der Geschäftsleitung. Provider argumentieren aber häufig auch in der Richtung, dass sie sagen, nein, wir machen keine Deep Packet Inspection, alles was wir machen, ist uns mal den Header anzugucken, also diesen kleinen Kopf, in dem dann was drinstehen soll, bei IPv6 ein bisschen mehr als bei IPv4. Also das ist ja immer die Argumentation, die dahintersteht. Wir gucken uns das eigentliche Paket, der Inhalt, der interessiert uns doch überhaupt nicht. Uns interessiert nur, was im Header steht und ich frage mich bis heute, aber vielleicht kann mich da auch jemand heute ein bisschen fortbilden an der Stelle. Ich frage mich schlicht und einfach, wer soll das eigentlich überprüfen, was dort steht, wenn ich mir das Paket dabei nicht angucke. Dann muss ich es nach Adressen diskriminieren oder auf welchem Weg? Will ich jetzt wirklich ein Accounting für IP-Pakete einführen? Es gibt da eine sogenannte Etikettenlösung, hat auch der Europarat darüber diskutiert im Dezember. Die sieht vor, vor allen Dingen eben bei Internetprotokoll Version 6, weil ich dann einige Bits mehr habe, um die beschreiben zu können, dass tatsächlich dann die Köpfe, die Datenheader, die Falk Lücke gerade erwähnt hat, ausgewertet werden. Und problematisch wurde in dieser Diskussion bewertet, dann wird eben nicht nur ausgewertet, welche Tarifierungsklasse steht in diesem Header, sondern damit ich auch tatsächlich das Routing entsprechend machen kann, wird auch ausgewertet, von welchem Absender, wenn dieser Absender beispielsweise mit seiner Absender-IP bestimmte Tarifierungsklassen schon gleich gebucht hat, kommt es denn und zu welchem Empfänger soll es denn? Und darüber kann natürlich, wenn ich eine entsprechende Software aufsetze, auch das ist im Europarat und dann in der EU-Kommission ganz klar bei dieser Diskussion herausgekommen, so etwas wie Profilbildung und letztlich auch so etwas wie einen Rückschluss auf Inhalte geleistet werden. Also vielleicht sollte man noch mal einen ganz kleinen Satz dazu verlieren, zu IPv6. Also wie gesagt, ich bin selber von Hause aus Politikwissenschaftler, ich bin kein Techie in dem Sinne, ich versuche nur zu verstehen und ich hoffe, ich bin da halbwegs weit gekommen. Die Frage bei IPv6 ist ja eine, die relativ simpel ist. Ich habe natürlich in IPv6 die Möglichkeit, im Header bestimmte Informationen zu hinterlegen, also insbesondere bei IPv6, um eine gewisse Priorisierung, eine gewisse Klasse zuzuordnen. Die Möglichkeit habe ich technisch, nur das ist Klartext eigentlich. Ja, das heißt, es ist 100% manipulierbar, jeder kann das behaupten. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine Art Authentifizierungsmöglichkeit, ich muss in irgendeiner Form nachweisen, dass das jetzt wirklich ein berechtigtes Paket ist, was Sie jetzt in irgendeiner Form schneller, besser, mit weniger Jitter behandelt werden. Da habe ich eine relativ einfache Antwort drauf. Also erstens ist es nicht so, dass es ein IPv6-Feature ist. Es gibt auch in IPv4 schon Type-of-Service-Felder und SSH kann das auch. Also wenn man eine interaktive Shell mit SSH aufmacht, dann wird das Flag für interaktiv gesetzt, macht man ein S-Copy, dann wird das Flag für Bike-Transfer gesetzt. Also das ist, IPv4 versus IPv6 ist noch nicht das Problem. IPv6 macht es vielleicht ein bisschen bequemer. Es gibt auch, schade, dass Lutz seinen Kürbis nicht mitgebracht hat. Der hat das nämlich tatsächlich mal ausprobiert bei IKS Jena, das umzusetzen. Also er hat auf seinen Router einen Quality-of-Service eingeschaltet und gesagt, wenn hier in dem Header drinsteht, befördere das Paket schneller, dann befördere es schneller. Das hat ungefähr 24 Stunden gedauert, dann haben die User sich im Forum ausgetauscht, was man denn auf seinem Linux-Router in die IP-Tables reinschreiben muss, damit alle Pakete schneller laufen. An der Stelle muss man einen kleinen Schritt zurück machen, Mobiltelefon. Wenn man so ein Mobiltelefon in die Hand nimmt, da nutzt man ja verschiedene Dienste drüber. Da schickt man SMS, da telefoniert man, da macht man IP drüber. Wenn man sich mal die Kosten pro Bit anguckt, wird man feststellen, dass eine SMS irgendwie um die Größenordnung 10.000 teurer ist, als wenn ich da Daten per IP übertrage. Das heißt, wir haben jetzt schon eine nicht vorhandene Netzneutralität. Wenn wir mal Netzneutralität definieren, dass es eigentlich den Luftwellen egal sein müsste, was da für Bits drüber fließen, ist bereits jetzt nicht der Fall. Und irgendwie ist auch völlig klar, dass in dem Moment, wo die Telekom ihren Voice-Traffic auf den Mobilfunknetzen verliert, dass sie das Geld wieder irgendwo herholen will. Und wie unbeholfen wie sie sind, fangen sie halt an, das Reib zu filtern, statt sich dafür ein Konzept zu überlegen. Und um jetzt auf den Gedanken wieder zurückzukommen, wie verhindert man, dass einfach dieses Bit gesetzt wird? Ich finde es irgendwie tatsächlich nicht verwerflich, zu sagen, es gibt da einfach verschiedene Klassen für. Wenn ein Internetprovider Traffic irgendwo einkauft, dann bezahlt er den auch irgendwie pro Megabin pro Sekunde, der auf seiner Leitung aufliegt, der dann Traffic durchgeht. Und ich zu Hause habe eine Flatrate. Na, was machen die alle irgendwie? Es gibt einen Preisdruck, es gibt irgendwie einen Preisdruck nach unten, irgendwie das Zitronenmodell. Wir haben alle schlechtes Internet. Ich hätte überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, okay, es gibt hier Balktransfer für Flatrate und High Priority Traffic wird nach Gigabyte bezahlt, weil das entspricht den realen Gegegenheiten der Kosten, das irgendwie breitzustellen. Also in dem Moment, wo man diese Preisdifferenzierung hat, setzen die User auch den Heller nicht mehr, weil dann ist der teurer. Also ich würde da gerne nochmal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich finde das ganz interessant, wir bewegen uns gerade in der Diskussion so ein bisschen rückwärts. Aber ist vielleicht ganz gut für das Verständnis und für die Diskussion selber. Denn wir müssen uns natürlich ein bisschen fragen, was ist eigentlich das Problem, was gerade besteht? Und die ISPs, die sagen uns, ja Moment, wir verkaufen hier nur noch Flatrates, wir können nichts anderes mehr verkaufen als Flatrates. Alle Kunden wollen Flatrates. Naja, ich glaube, der Großteil der Menschen hier im Saal und sicherlich auch einige da draußen werden wissen, dass eine Flatrate so eine Mischkalkulation ist. Das heißt, ich habe Nutzer, die haben viel Datenaufkommen, es gibt Nutzer, die haben wenig Datenaufkommen und normalerweise bezahlen die mit dem wenigen Datenaufkommen eigentlich ein Stück weit das mit, was die mit dem vielen Datenaufkommen haben. Deswegen schmeißen Provider manchmal auch Nutzer raus, die extrem viel Traffic produziert haben in irgendeiner Form. Kommt nun mal vor, eine unsachgerechte Nutzung. Also das heißt, was ist dort eigentlich das Problem da dran? Das Problem ist, dass dort ein Angebot verkauft wird, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es tatsächlich eigentlich auch eingehalten werden kann, nämlich wirklich dieses schöne Wort Flatrate. Es gibt da dieses Gerichtsverfahren, was zuletzt beim LG Hamburg saß, wo LG Hamburg, glaube ich, schon war, zwischen SIPGATE und der Deutschen Telekom, da ging es um mobiles Internet. So, und zwar eine mobile Internet-Flatrate. Da ging es um unlauteren Wettbewerb, ganz einfach, nämlich die Frage, ist das eigentlich jetzt ein Flatrate, was die da verkaufen? Die bisherigen beiden Instanzen haben gesagt, nee, das ist keine Flatrate. Worüber sie sich leider meines Wissens nicht so richtig ausgelassen haben, ist die Frage, ob das überhaupt Internet ist, was dort verkauft wird. Denn das ist kein Witz. Also, ich mache jetzt mal die Spaßfrage in den Raum hier. Wer der Anwesenden hier hat ein mobiles, internetfähiges Endgerät? So, das sind ehrlich gesagt fast alle, also vielleicht so, sagen wir mal, vier Fünftel mindestens. Die anderen Hände habe ich zumindest nicht gesehen. So, aber was habt ihr denn da drauf? Was ist denn das, was da wirklich drauf ist? Was für einen Zugang habt ihr denn da? Könnt ihr da wirklich alles benutzen, was ihr gerne benutzen möchtet? Ja oder nein? Da fehlt das ein oder andere. Vielleicht hat der ein oder andere von euch einen privaten Mobilfunkprovider für sich selber. Aber bei allen anderen wird es mit Sicherheit Einschränkungen geben in irgendeiner Form. Und da ist immer die Frage, was für Einschränkungen sind das? Wie sind die gerechtfertigt? Ist es so etwas wie das, was ja auch schon politisch thematisiert wurde? Nämlich die Frage der Unterstützung von Voice over IP. Speziell, damit das Geschäftsmodell erhalten wird, was momentan existiert. Oder aus technischen Gründen. Das kann man ja immer entweder so rum oder andersrum sehen. Also, das hat ja seine vielen Seiten. Also, was ist eigentlich der Punkt dahinter? Was habe ich dort eigentlich? Vielleicht könnt ihr mir erklären, was es eigentlich momentan wirklich ist, wie ihr es nennen würdet. Ich würde es nicht Internet nennen. Ich würde es eher so etwas nennen wie mobiles AOL oder so. Das kommt ihm wahrscheinlich relativ nahe. Also, als richtiges Internet würde ich es auch nicht bezeichnen. Bei den meisten modernen Smartphones kommt man ja noch nicht mal an den IP-Stacks ran, ohne dass man sie wirklich aufhackt oder jailbreakt oder irgendwie die Garantie auf jeden Fall verfallen lässt. Ja, also ich würde es als kastriertes Internet bezeichnen oder als kastriertes Möchtegern-Internet oder sowas. Also, aber genau das ist doch der Punkt. Ist das das, was wir jetzt auch sozusagen sonst haben wollen? Also, vielleicht das und dann noch 5 Euro Aufpreis dafür, dass du vielleicht dann doch Voice over IP vielleicht auch zu Hause machen darfst? Das ist ja der Punkt, um den es da ein Stück weit geht. Genau das ist das, was einem momentan zum Beispiel die Deutsche Telekom anbietet. Nämlich, dass man erst eine Art Internet-Light oder AOL oder wie auch immer bekommt, BTX, wo man halt nur einen Teilzugriff hat, wo man nur so ein paar Sachen machen kann. Und dann, im nächsten Schritt, hat man dann die Möglichkeit, noch extra was zu bezahlen. Und dann kriegt man auch diese andere Funktionalität. Excuse, ich würde gerne ein bisschen wieder zurückkommen, Netzneutralität. Also, wir haben sozusagen irgendwo, was sind die begrenzenden Seiten, was sind die Leitplanken, zwischen denen diese Diskussion stattfindet? Jeder hat sozusagen, mein Haus, mein Pferd, mein Auto gesagt, was hat er für Anforderungen an das Internet, was sind seine Vorstellungen, worüber wir wirklich noch gar nicht weitergekommen sind, okay, wie kommt man dann zusammen? Also, hier wurde gesagt, ein Diskussionsprozess, dass ihr euch untereinander verständigt, dass ihr ein Meinungsbildungsprozess, wie auch immer, in welcher Form der auch stattfindet, durchlebt oder durchleidet und dann ruft 42 oder 23. Also, was kommt sozusagen hinten raus und heißt und trägt den Namen Netzneutralität? Naja, die Debatte, es geht ja schon ein bisschen länger, dass man sich fragt, oder das ist noch nicht so ganz geklärt, wo Netzneutralität anfängt und wo sie aufhört. So wie ich das sehe, gibt es die extremen Standpunkte und alles dazwischen, zwischen denjenigen, die sagen, wir wollen überhaupt gar keine Deep Packet Inspection, wir wollen nicht, dass Gekuppel, woher es kommt, wohin es geht, wer es verschickt hat, was drin ist. Wir wollen, dass nichts diskriminiert wird, nichts geblockt wird. Wir wollen, dass alles einfach so schnell wie möglich weitergeleitet wird. So ist das heutzutage auf einer Autobahn oder so ja auch. Alle können so schnell fahren, wie sie halt fahren können und wenn es knüppeldick Stau hat, dann kann halt keiner mehr schnell fahren und alle müssen warten und stehen da rum. Das ist nicht schön, aber es ist wenigstens fair. Es spielt keine Rolle, ob ich einen Mercedes habe oder einen Golf. Ich darf genauso schnell fahren bis zur Höchstgeschwindigkeit oder so schnell, wie ich halt kann, wenn es keine Höchstgeschwindigkeit gibt. Das ist die eine Position. Das ist die eine Position, dass man das einfach so macht, ohne irgendwelche Eingriffe und Eingriffe tunlichst vermeidet und verhindert. Die andere Extremposition ist, dass man doppelt abkassiert, dass man als praktisch Monopolist oder als großer Carrier, nur große Carrier fordern ja, die Netzneutralität aufzuheben, kleine ISPs sind ja eher für Netzneutralität, weil sie sonst von den Großen einfach heimungslos platt gemacht werden könnten. Das andere Extrem ist, dass man sagt, wenn du Benutzer auch YouTube mit deinem Internetanschluss nutzen willst, musst du 9,90 Euro oder 19,90 Euro oder irgendwas extra zahlen und auf der anderen Seite geht der gleiche Telefonanbieter zu Google oder zu YouTube und sagt, ihr macht ja so viel Traffic mit euren Videos und wenn ihr wollt, dass eure Videos jetzt noch bei euren Kunden ankommen oder bei den Leuten, die es gerne sehen würden und aufrufen, dann zahlt mal extra, weil wir müssen ja hier extrem viele Daten für euch durchschleusen, sonst drehen wir hier den Hahn so weit zu, dass keiner mehr vernünftig Video gucken kann und der Ton ruckelt und das Bild sowieso. Das ist das andere Extrem. Wo kann man sich in der Mitte treffen oder wo zeichnen sich Räume ab, die so etwas wie eine diskursive Mitte bilden können? Also es gab ja einen Vorschlag aus Amerika von der FCC, von dieser Regulierungsbehörde, eigentlich für Telekom, aber die sind auch für Internet mitunter zuständig oder fühlen sich dafür zuständig, wehren es gerne, das ist noch nicht so ganz abschließend geklärt. Und wir haben ja vorgeschlagen, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, dass alle Maßnahmen, die netzwerkmanagementmäßig ergriffen werden, also wo irgendwie in den Datenstrom eingegriffen wird, irgendwelche Sachen bevorzugt, weitergeleitet oder ausgebremst oder sonst wie werden, offengelegt werden gegenüber dem Kunden, dass da völlige Transparenz herrscht, dass ich also genau weiß, was mein ISP mit meinen Datenpaketen macht, wenn es Port sowieso ist oder wenn es BitTorrent ist oder irgendwas anderes. Und Sie haben halt gesagt, ansonsten werden alle Pakete, alle Inhalte gleich behandelt, mit der Ausnahme von illegalen Inhalten. Das müssen wir korrekt darstellen, Scusi. Was ist legal, was ist illegal? Also mir fällt da als erstes ein in Anlehnung an, kein Mensch ist illegal, kein Datenpaket ist illegal. Ja, Applaus bitte. Und in dieser Forderung ist halt auch eine Hintertür versteckt, um nämlich, mal abgesehen von der Frage, wer entscheidet, was legal und illegal ist und nach welcher Juristikation es geht und Internet, international und so, da gibt es ja noch so ein paar Probleme, dass man, wenn man entscheiden will, also was legal und was illegal ist, muss man in die Pakete reingucken. Das heißt, andersrum gesehen, dass alle Pakete durchleuchtet werden, dass genau geguckt wird, wer was an wen verschickt und wie viel davon. Damit sind Sachen wie Datenschutz oder so überhaupt nicht mehr gewährleistet, Postbriefgeheimnis, irgend sowas, private Kommunikation, Privatsphäre ist nicht. Ja, weil es wird, allein um es trennen zu können, um diesen Ansatz fahren zu können, muss man reingucken. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also wenn man sich jetzt mal die Sachen, die rund um Wikileaks in den letzten Wochen so abgegangen sind, in der Weltpolitik anguckt, dann sieht jeder, glaube ich, ganz, ganz schnell das Missbrauchspotenzial, was da drin steckt. Und wir wissen ja, alles, was missbraucht werden kann, wird früher oder später auch missbraucht werden. Und deswegen würde ich solchen Forderungen keine Zustimmung geben und halte die für brandgefährlich irgendwie, für unsere Demokratie, für unsere Freiheit und für auch die Freiheit und Entfaltung und Meinungsäußerung von jedem Einzelnen hier. Also auf die Regulierung der amerikanischen Telekommunikationsbehörde, da muss man, glaube ich, noch mal genauer drauf schauen. Denn da ist sehr vieles reguliert worden, was wirklich neu ist und was man sich genau auf der Zunge zergehen lassen muss. Zum einen wird ganz klar getrennt zwischen Internetdatenpäckchen im Festnetz und Internetdatenpäckchen im Datenfunk. Der Datenfunk hat keine Netzneutralität mehr im Prinzip. Das Festnetz soll sie prinzipiell haben, aber mit vielen Ausnahmen. Diese Kontrolle der illegalen Datenpäckchen ist so eine Ausnahme. Es gibt zwei weitere Ausnahmen, die auch in der amerikanischen Verlagsszene und in der Telekommunikationsindustrie sehr heftig diskutiert wurden. Eine Ausnahme besteht nämlich für Datenpäckchen mit Internet-TV. Die sollen prinzipiell auch nicht der Daten der Netzneutralität unterliegen müssen. Und das zweite sind Anwendungen, Breitbandanwendungen im gesamten Gesundheitsbereich, also im sogenannten E-Health-Bereich. Auch da sollen neue Regulierungsprojekte ausprobiert werden und deshalb will man hier auch prinzipiell an Netzneutralität nicht mehr festhalten. Der Vorschlag ist nun da. Die Federal Communications Commission, die Regulierungsbehörde in den USA setzt sie um und in Europa werden wir uns dann in den nächsten Monaten, nachdem das nun in den USA beschlossen wurde und erst einmal auf dem Tisch liegt, auch damit auseinandersetzen müssen, auch mit diesen Ausnahmen. Frau Glöcke, vielleicht kann ich nochmal rübergeben. Ja, ganz kurz dazu nur. Also das eine ist, dass man höllisch aufpassen muss, wenn man solche US-Texte interpretiert. Denn was die FCC geschrieben hat, die Federal Communications Commission, klassischerweise eigentlich sowas wie unsere Bundesnetzagentur nur mit weniger Kompetenzen eigentlich. Und klassische Frequenzspektrums, Zuteilung und ähnliche Geschichten, dafür ist die eigentlich da gewesen. Die FCC hat geschrieben von ihrem sogenannten Legal Content. So, jetzt hat es Kusi aber eben schon gesagt, eigentlich gibt es keinen illegalen Content. Der Content selber kann nichts dafür, wenn sozusagen das Gesetz das nicht herkommt. Kein Bit ist illegal. Kein Bit ist illegal. Also insofern, da muss man vielleicht auch einfach sagen, das ist Teil der politischen Kultur in den USA, an solchen Stellen von Legal Content zu sprechen. Das ist vielleicht nicht ganz so hoch aufzuhängen, wie es woanders ist. Aber, was ich unglaublich spannend und interessant und auch wichtig finde, ist eigentlich die Frage, die die Electronic Frontier Foundation, die der ein oder andere hier im Raum sicherlich ganz gut kennt, so aufgeworfen hat. Denn die Electronic Frontier Foundation ist total für Netzneutralität, aber ist vollkommen gegen jede Art von Regulierung durch die FCC. So, das hat einen ganz simplen Hintergrund. Die FCC ist eine staatliche Behörde. Und soll eigentlich eine staatliche Behörde festlegen, was eigentlich so im Netz unterwegs sein darf und nicht? Also dieser Gedanke steht dahinter, nämlich die Frage, ob Regulierung durch den Staat an der Stelle sein muss. Ich persönlich würde sagen, ja, aber ich habe da ein anderes Staatsverständnis als die Vertreter der IFF. Gar keine Frage. Ich habe da auch ein sehr viel höheres Zutrauen in gewisser Weise, als das die Kollegen in den USA haben. Aber das muss man in hohe Sicht angucken. Es gibt das Beispiel Norwegen. Dort haben die Verbraucherorganisationen, der Verbraucherombudsmann, der inzwischen Datenschutzbeauftragter in Norwegen ist, die Telekommunikationsunternehmen und ich glaube, das Postministerium gemeinsam so eine Art Guideline erarbeitet. Das ist eine Selbstverpflichtung. Und da sind alle großen norwegischen ISPs mit drauf. Also das ist zum Beispiel vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, den mitzudenken. In eine ähnliche Richtung argumentiert derzeit die Europäische Kommission. Wir haben im sogenannten Telekompaket ein paar Vorschriften zum Thema Netzneutralität und Einhaltung gegebenenfalls oder in welchem Modus sie zu betrachten ist. Jetzt haben wir ein paar Vorschriften drin, die müssen noch umgesetzt werden und zwar im Rahmen des Telekompakets Umsetzung bis, ich glaube, Mai nächsten Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ist auch sehr stark die Frage, wie macht das eigentlich der nationale Gesetzgeber, will heißen die Bundesrepublik Deutschland. Und das wird natürlich auch sehr, sehr stark diskutiert. Und da muss man auch sagen, Moment, von den, ich glaube, momentan sind es 606, 607 Bundestagsabgeordneten, würde ich behaupten, dass wahrscheinlich über 300 noch niemals das Wort Netzneutralität gehört haben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, vor allem, wenn ich vor einem relativ vollen Raum sitze, von vielen Leuten, die irgendwo einen Bundestagsabgeordneten haben und da auch mal hingehen könnten und dem zumindest mal die Grundzüge erklären könnten. Tut nicht besonders weh, mache ich auch ganz gerne mal, macht es mal nach. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn die Leute dann auch wissen, worüber sie eigentlich dann abstimmen. Ich habe da einen ganz einfachen und pragmatischen Vorschlag, wie wir das machen mit dem Mitreden und wer im Internet mitreden darf und ob eine staatliche Behörde das tun sollte oder tun darf oder so. Ich finde, im Internet sollte die Baumhausregel gelten. Wie früher bei Kindern, wer nicht ohne Hilfe reinkommt, hat da drinnen auch nichts zu sagen. Kurze Erwiderung eines Großvaters, der ein Baumhaus gebaut hat. Sie sind alleine hochgekommen, aber nicht wieder runter. Ja, wo wollen Sie denn aus dem Internet wieder raus? Die Zeit schreitet voran. Ich würde mich ganz gerne der Lösung nähern, was wir denn jetzt auf den Tisch packen für einen Vorschlag, wie denn diese Regulierung aussehen soll. Also nachdem wir festgestellt haben, die Bundestagsabgeordneten werden es nicht für uns lösen, sind wir in der Verantwortung, einen Vorschlag auf den Tisch zu packen, wie es aussehen soll. Und mir sind ein paar Punkte eingefallen, wie man da ansetzen kann. Der erste Punkt ist eine Peering-Verpflichtung. Also Internet-Providers, es gibt da ja viele davon, haben sogenannte Peering-Punkte, wo sie Daten austauschen. Und es läuft so, ich gebe dir meine Daten, du gibst mir deine Daten und alles ist gut. Da gibt es aber so ein paar Provider, die halten sich für was Besseres. Die dappiert man nicht, sondern die verkaufen einem Transit-Traffic. Die können einem auch die Daten aus Amerika besorgen und so weiter und die kassieren dafür. Und ein großes Problem, warum nämlich die Telekom gegenüber YouTube als Wegelagerer auftreten kann, ist, weil sie sich ganz einfach weigern kann zu peeren. Die sagt, ihr müsst bei uns bezahlen, damit euer Content bei unseren Usern ankommt, sonst ist es langsam für euch. Und eine Verpflichtung zum Peering, also zu sagen, wenn du in Deutschland Telekommunikationsdienstleistungen anbieten willst, bundesweit musst du an mindestens so vielen Standorten vertreten sein. Und da jedem, der es möchte, der auch ISP ist, einen dem Stand der Technik entsprechendes Interface für den Datenaustausch zur Verfügung stellen. Das würde schon mal die Hälfte des Problems lösen. Dann müssen wir gucken, wo sind wir uns denn hier gerade auf diesem Panel und im Raum einig. Also was ist sozusagen die Position, die wir gegen Leute wie die Telekom auf jeden Fall vertreten müssen. Und ich finde diesen Punkt, nicht in die Pakete reingucken, nicht in die Helle reingucken, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger. Also wenn überhaupt Quality of Service und ich bin der Meinung, wir brauchen das, man kann nicht einfach sagen, geht in andere Netze, weil es gibt demnächst keine anderen Netze mehr, da steht irgendwie Wimax vor der Tür und LTE und ähnliche Sachen, wo IP dann bloß noch ein Dienst ist. Also die Telekom versucht gerade global ein anderes Netz auszurollen, wo einem auch IP als Dienstverkauf war. Also zu sagen, geht einfach weg aus dem Internet, das hilft uns nicht, weil das sind dieselben Daten, die dann auch IP-basiert über andere Netze laufen. Also wenn eine Geschichte mit verschiedenen Diensteklassen, wenn eine Geschichte mit Quality of Service, wie gesagt, ich persönlich kann mir das vorstellen, dass ich das gebrauchen kann, dann bitte ausschließlich aufgrund eines Labels. Also die sollen nicht mal die Möglichkeit bekommen, in die Heller reinzugucken, außer in das Hellerfeld, wo ich sage, welche Briefmarke ich auf dieses Paket geklebt haben möchte, also welche Diensteklasse es haben soll. Kein Absender, kein Empfänger und schon gar nicht in das Paket selber reingucken. Die dürfen halt nur gucken, ob da drauf steht, normale Sendung oder Express-Sendung, ein bisschen vereinfacht, angelehnt an den Postverkehr, in analogen. Aber nicht, wer es abgeschickt hat, wohin es geht und sonst die, in welchem Karton. Und dann möchte ich kurz noch das Problem dabei in den Raum stellen, wie machen wir das mit dem Enforcement? Kann ich nochmal nachfragen, wenn ich es verstanden habe, ist es natürlich ein gefährliches Wort für einen, der aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Grundversorgung, also Netzneutralität heißt Grundversorgung plus Express, Overnight und andere Zuschläge. Also das, was ich letztlich schon jetzt im Postamt habe. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Also die Grundversorgung, was Falk auch gesagt hat, das, was wir uns als Internet verkaufen, ist gar kein Internet. Also eine Definition eines Grundlevels, der garantiert sein muss und der im Prinzip einem ungefilterten Internet mit Best Effort entspricht. Also sozusagen das, was wir jetzt haben, muss auf jeden Fall erhalten bleiben und dann vielleicht Services obendrauf. Und nicht umgekehrt, dass unten die Luft abgeklemmt wird, indem weiter und weiter die Services zugedreht werden und man auf diesem Wege dafür genötigt wird, mehr Geld auszugeben. Kann ich nochmal nachfragen, das ist ja hier auch meine Funktion, für die ich übrigens nicht bezahlt werde. Mich erinnert die Diskussion ein bisschen an diese Diskussion, die wir mal hatten über die Versorgungslücke beim Strom. Dass wir gesagt haben, wir haben viel zu wenig Kraftwerke hier in Deutschland, wir haben irgendwo eine Stromlücke. Wenn wir da nicht irgendwie Braunkohle, Steinkohle oder wie auch immer ausbauen, dann haben wir sozusagen irgendwann mal Mangelwirtschaft. Haben wir denn eigentlich schon Mangelwirtschaft im Internet oder diskutieren wir über eine abstrakte Bedrohung, über eine abstrakte oder diffus heißt es ja neudeutsch, über eine diffuse Bedrohungslage, was die Kapazitäten im Internet anbetrifft oder ist das wirklich real? Das habe ich mich gefragt, als ich mich auf die Diskussion vorbereitet habe. Klar, dass man die Diskussion perspektivisch durchführt, ist mir schon irgendwo klar, aber ist die Perspektive nicht sehr weit? Oder ist das, was wir hier gerade diskutieren und was Sie versuchen sozusagen auch zu formulieren, ist das nicht eine Diskussion, die in den nächsten zehn Jahren eigentlich gar nicht geführt werden müsste? Unterschiedlich. Also es ist so, dass auf den Glasfaserleitungen, auf den großen Backbones noch erhebliche Kapazitäten sind. Es gibt eine Aussage vom DZIX, dass die derzeit ein Zehntel ihrer verfügbaren Kapazität nutzen. Somit schreibt ein Zehntel. Das Problem ist, dass sie auch alle sechs Monate ihren Traffic verdoppeln oder waren es alle neun? Sowas in der Größenordnung, also das exponentielle Wachstum wird diese verzehnfachte Kapazität in drei oder vier Jahren aufgefressen haben. Das ist die andere Realität. Und dann gibt es halt die Funknetze und da ist es halt wirklich eng. Das hat jeder schon mal, also wenn wir hier kein eigenes UNTS-Netz hätten, dann wäre das auch in diesem Gebäude nicht benutzbar. Ganz einfach, weil die Leitungen überlastet werden. Also es gibt definitiv irgendwann Punkte, wo das Ende der Kapazität erreicht ist. Das ist der eine Punkt. Dann muss man sich überlegen, wie geht man denn mit endlichen Ressourcen sinnvoll um. Weil was wir momentan tun mit dem Internet ist, wir glauben weiter an das exponentielle Wachstum. Und das ist halt irgendwann vorbei. Geht auch mit der Weltwirtschaft nicht ewig, mit dem Wachstum. Das crasht irgendwann. Gerade. Also faire Verteilung endlicher Ressourcen ist das eine Ding. Und das andere, das ist aber auch ein ganz wichtiges Argument, die Geschichte mit der Investition in den Netzausbau. Also wir wollen ja sozusagen als Volkswirtschaft, als Gesellschaft eine Situation, in der die Internetprovider ein möglichst großes Interesse daran haben, das Internet für uns möglichst schnell zu machen. Und in dem Moment... Möglichst stabil und schnell, stabil, wohl performt. Und gefiltert. Ja. Und in dem Moment, wo der Anreiz nicht mehr existiert, für die Provider das Netz auszubauen, weil sich genauso viel Geld damit verdienen lässt, den Mangel zu verwalten, haben wir ein Problem. Das heißt, es geht auch darum, bei der Debatte irgendwie die Jungs in eine Ecke zu drücken, wo sie schon noch ihre 10, 15 Umsatzprozent verdienen. Ja, warum denn nicht? Ja, verdient jeder sein Geld. Vielleicht nicht 100 oder 200, also keine unfaire Bereicherung, sondern einfach irgendwie für die Dienstleistung was verdienen und gut. Und zwar so, dass das Internet für uns alle insgesamt schneller wird. Dann... Ich springe nur einmal ganz kurz dazwischen, danach Scusi weiter. Ich finde es gefährlich, wenn man diese Diskussion so aufmacht, wie du sie gerade aufgemacht hast. Ich kann sie argumentativ nachvollziehen, würde ihr aber nicht zustimmen, aus einem ganz simplen Grund. Wodurch entsteht Traffic? Traffic entsteht dadurch, dass irgendwo ein Nutzer sitzt und sagt, ich mache hier einen Traffic-Request letzten Endes. Ich schicke einen HTTP-Request und sage, ich möchte jetzt von YouTube irgendwann dieses Video mal haben. Das soll zu mir kommen. Das heißt, es entsteht schlicht und einfach kein Traffic, ohne dass ein Nutzer gesagt hat, ich möchte den haben. Fast keiner. Okay, manchmal ein Ping irgendwo hin, der mehr oder weniger automatisiert ist, aber auch da stand im Zweifel irgendeine Maschine, der das mal einprogrammiert wurde. Also es ist aber faktisch kein Traffic. Das heißt, ich habe erstmal grundsätzlich jeden Verkehr im Netz immer Menschen gemacht. Es gibt keinen anderen. Natürlich gibt es automatisierte Abgleiche und so weiter, aber es gibt immer eine Intention dahinter, dass dort Daten fließen müssen. Das heißt aber auch, das was wir gesehen haben, diese ganze Traffic-Explosion, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass wir die gleiche Traffic-Explosion nochmal erleben, vielleicht dann, wenn 3D-Bildschirme total in sind, aber momentan sehe ich es einfach nicht, was nach dem Video als nächstes in der Form kommen sollte. Ich habe die Entwicklung der Festplatten von 20 Megabyte bis 2 Terabyte mitgemacht und was soll ich sagen, die waren immer voll. Ja, also meine 2... Also 2 Terabyte habe ich natürlich nicht zur Verfügung für mich selber, weil was soll ich mit 2 Terabyte, ich persönlich gucke nicht so viele Filme, vielleicht liegt es für daran oder vielleicht spreche ich meine Log-Files auch einfach nur regelmäßig weg, das könnte auch helfen dabei. Aber trotzdem, also die Debatte, die du eben aufgemacht hast, Universaldienst-Internet so ein bisschen, dass du wirklich sagst, es gibt einen Universaldienst, das ist das Basis-Internet und dann gibt es noch so etwas, was ich mir dazu kaufen kann, so ein Express-Paket. Und ich finde das unglaublich gefährlich, weil klar, ich meine, wer von euch braucht denn mehr als 2 Mbit? Das ist euer Universaldienst, seid damit zufrieden. Und dann, dann, naja, also ich weiß, ihr wollt es auch noch synchron haben, das wird noch schwieriger, aber trotzdem, dann solltet ihr dann was dazu kaufen, wenn ihr gerne dann, also ganz, ganz vorsichtig an der Stelle. Die Frage ist natürlich trotzdem, Transparenz als Kriterium finde ich persönlich unglaublich wichtig, denn heute weiß ich einfach nicht, was mein Provider tut oder lässt. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und erst recht habe ich ganz, ganz schlechte Karten, das in irgendeiner Form durchzusetzen gegenüber diesem Provider. Wenn ich sage, okay, ihr macht hier Traffic-Shaping in irgendeiner Form, ob es jetzt BitTorrent ist oder ob es YouTube ist oder was auch immer, ja, vollkommen egal an der Stelle. Ich kann es einfach nicht wirklich nachprüfen, ich kann es nicht beweisen, das ist auch nicht mein Job, ehrlich gesagt. Da ist die Frage, gibt es eine Institution, mit der man das machen kann, ob die Bundesnetzagentur dafür zum Beispiel eine angemessene Behörde ist, weiß ich nicht, wie können dort Transparenzpflichten aussehen und das fehlte mir gerade bei dir ganz gewaltig. Wir diskutieren, damit Sie wissen, wo Sie sich eigentlich befinden, wenn Sie uns im Radio oder im Internet hören, wir diskutieren über Netzneutralität auf dem 27. Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs hier im Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz, noch bis 19.59 Uhr, nur damit wir mal eine kleine Marke haben und jetzt scusi weiter. Ja, mit der Forderung, um da nochmal zu meinem Vorredner Falk aufzugreifen, mit der Forderung hätte ich ja angefangen, weil ich dachte, darauf können wir uns auf jeden Fall alle einigen, da macht sogar die FDP mit. Ist nämlich, ist nämlich, ja wartet, bis ihr applaudiert, ihr wisst ja noch gar nicht, was ich fordern will. Ist nämlich die Tatsache, dass wir auf jeden Fall, was ja auch in dem FCC-Vorschlag aus Amerika drinnen vorkommt, totale Transparenz haben wollen, was die Diensteanbieter mit unseren Datenpaketen tun und lassen. Ja, also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, weil ohne, dass wir wissen, was da gespielt wird und was da getan wird, sind wir halt blind und taub und ohne Stimme und können überhaupt nichts. So, also das ist, glaube ich, das unterste Niveau von dem, was gegeben sein muss, völlige Transparenz gegenüber den Nutzern, was da gemacht wird. Das andere, nur um es nochmal vollständig zu kriegen und zu wiederholen, ist kein Ansehen der Pakete, ja. Also, dass man, wenn man sich heutzutage bewirbt, dass da irgendwie nicht danach geguckt wird, ob man Männlein oder Weiblein ist oder sonst wie, ist völlig normal und steht sogar im Antidiskriminierungsgesetz. Bei Datenpaketen ist das noch nicht so normal, das sollte aber so normal werden, finde ich. Und wir wollen natürlich keine Filterung, keine Drosselung und nichts rausgeschnitten haben. Das, um nochmal den Stand bis hierhin zusammenzufassen, weil wir eben so ein bisschen vom Thema abbekommen sind, das war es eigentlich schon, was ich sage. Aber dann lass mich nachfragen, was sind die Knackpunkte dann, wenn man sich auf diese Grundzüge als Konsens einigen kann oder möglicherweise geeinigt hat, was sind dann die entscheidenden drei, vier, wie viel auch immer, Punkte, wo man sagt, die sind wirklich strittig, die müssen auf den Tisch und die wollen wir in den nächsten Jahren, nächsten Monaten klären. Also ein Problem sehe ich in dem Bereich Festnetz, landgebundene Datenleitungen gegen luftgebundene Datenleitungen, weil das Frequenzspektrum und alles halt endlich ist. Da kann man nicht beliebig viel durchschicken, eine zweite Glasfaser nebenzulegen oder ein paar mehr Glasfasern auszuleuchten, ist da hingegen relativ einfach. In der Luft hat man da diverse Probleme. Das werden auch die entsprechenden Anbieter sofort auf den Tisch legen, weil sie da halt endliche Ressourcen haben und dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit sinnvoll umgehen können. Das andere, was ich sehe, ist natürlich die, was ja auch von den Anbietern immer sofort genannt wird, ist natürlich die Investition in den zukünftigen Ausbau und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Netze. Sie sagen, das sind hohe Kosten und wir kriegen das nicht rein mit unserer Flatrate-Mischkalkulation und so. Da gehen die USA ja zum Beispiel den Weg, dass sie sagen, okay, wir fördern das aus Steuermitteln oder von staatlicher Seite mit dem Ausbau. In Deutschland fördern wir den Ausbau auch, allerdings haben wir irgendwie mit Absicht oder aus Versehen oder sonst wie den Netzanbietern nicht auferlegt, dass sie da gewisse Neutralitätsregeln zu beachten haben. Bei uns kriegen wir das Geld einfach so. Übrigens sucht mal bei der Bundesverbraucherschutzministerium eine Webseite nach Netzneutralität. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Treffer es da gibt. Das sind, glaube ich, die ersten beiden Knackpunkte, die mir so auf Anhieb einfallen und die ich denke, die auf jeden Fall kommen werden. Gerade diese Mangeldiskussion ist natürlich sehr spannend, denn da müssen wir auch feststellen, es wird zwar immer darüber diskutiert und es wird argumentiert, die Kapazitäten sind endlich vor allen Dingen immer im Funkbereich, aber wenn es dann um die Entwicklung neuer Transportprotokolle geht, die beispielsweise gerade im Bereich Internet-TV, gerade bei den Videodaten, das Datenaufkommen wesentlich reduzieren würden, teilweise bis zu 80 Prozent, dann ist das Interesse der Provider relativ zurückhaltend. Und da gibt es relativ spannende Arbeiten. An der Universität des Saarlandes wird gerade so ein Multimedia-Protokoll entwickelt. Das ist noch im Laborstadium, das wird allerdings relativ bald schon praxisreif sein. Das Massachusetts Institute of Technology hat so etwas. in der Entwicklung, die sagen, es ist eigentlich marktreif, nur leider interessiert sich keiner dafür, weil hier offensichtlich gerade bei den Videodaten niemand eine solche Datenreduzierung haben will. Und ich denke, dass man diesen Aspekt auch ein wenig stärker in die Debatte um die Netzneutralität einführen muss, wenn man wirklich das Argument auf dem Tisch liegen hat, die Kapazitäten sind zu eng geworden. Herr Klöcke, vielleicht kann ich noch nachfragen, warum dieses Desinteresse der Anbieter? Desinteresse der Anbieter ist eine sehr gute Frage. Warum eigentlich? Ja, ich würde aber vermuten, dass es sehr viel mit dem schönen Kürzel IPMS zu tun hat, IP Multimedia Subsystem, was halt weitgehend im Mobilfunk momentan, also nicht weitgehend, zumindest teilweise genutzt wird, meines Wissens. Bitte korrigiere mich jeder, der es besser weiß. Und ja, wo tatsächlich die Provider selber ganz gut die Kontrolle darüber haben, was dort eigentlich wie behandelt wird. Und das ist halt schlicht und einfach nicht neutral, in gar keiner Art und Weise. Ich glaube ja, dass es dabei auch um so Sachen geht. Also ich meine, die Leute kennen ja so Kabel-TV und das war immer eine goldene Kuh, die man melken konnte und womit man viel Geld verdient hat. Und man konnte den Usern oder den Ansehern sozusagen allen möglichen Content reinstopfen in die Leitung und der ist dann bei denen aus dem Fernseher oder aus dem Radio wieder rausgekommen. Aber einen Rückgangskanal gab es eigentlich nicht oder nur sehr begrenzt, um zu sagen, ja, ich möchte diese hervorragende, tolle Armbanduhr bestellen oder das Kochtopf-Set oder irgend so was. Und ich glaube, da soll es wieder hingehen. Also es gibt halt große, mächtige Interessensgruppen, die ein reges Interesse daran haben, das Internet zu so einem Art Kabelfernsehen-Konsumautomaten umzubauen, in dem man möglichst viel und leicht Geld verdienen kann und wo alle anderen und alles, was missliebig ist, die Klappe zu halten hat oder man es wenigstens relativ einfach unterbinden kann. Ja, weil so, wo jeder was anbietet und so, nee, das wollen die ja eigentlich gar nicht. Also vielleicht lässt sich das noch ganz gut illustrieren. Man darf nie vergessen, es gibt so ein Problem, das heißt vertikale Integration. Der eine oder andere hat das Wort vielleicht schon mal gehört, es geht darum, dass man halt nicht nur eine Sache anbietet, sondern eigentlich mehrere Sachen anbietet. Beispiel, die Deutsche Telekom, um sie jetzt mal rauszugreifen, es gibt aber auch andere Player in dem Markt. Die Deutsche Telekom bietet zum einen an, natürlich Internetzugänge, Backbone-Services, hat man alles nicht gesehen. Cloud-Computing, hm, Cloud-Computing? Könnte ich da ein Problem bekommen mit Netzneutralität? Irgendwie, vielleicht würde ich die Cloud von der Telekom bevorzugt behandeln gegenüber anderen? Wäre das naheliegend? Wäre es ein gutes Geschäftsmodell? Ich würde sagen, hm, wenn ich Deutsche Telekom wäre, würde ich das wahrscheinlich tun. Aus einem ganz simplen Grund, ist doch super für mich, kann ich doppelt verdienen. Nur wenn meine Cloud schnell ist und jetzt nicht die von Microsoft, Google, Intel, whatever. Also, das ist einfach ein lukrativer Punkt und das ist ein lukrativer Markt, kann ich total nachvollziehen aus deren Sicht, ist aber nicht meine Sicht da drauf. Kann ich in der Form nicht unterschreiben und ich bin mir recht sicher, dass wir uns auch darauf einigen können, dass solche Dinge nicht passieren sollten. Das heißt, man muss sehr stark darüber nachdenken, ich spreche es jetzt einfach mal aus, Verbot vertikaler Integration, das ist so ein ganz großes Damoklesschwert, was so über der ganzen Debatte schwebt, was mit einer schwarz-gelben Regierung sicherlich auch eher schwierig werden dürfte durchzusetzen, aber darüber nachdenken muss man. Andererseits, die Telekom sagt natürlich auch vollkommen zu Recht, naja, mit unserem bisherigen Geschäftsmodell verdienen wir nicht mehr so richtig viel Kohle in Zukunft, ist ja auch sehr wahrscheinlich. Wir müssen neue Wege suchen und finden, aber die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich der richtige Weg ist, den Sie an der Stelle beschreiten, gilt wie gesagt nicht nur für die Deutsche Telekom, sondern auch für andere Anbieter aus dem Bereich. So, wir haben versprochen, dass wir um 19.30 Uhr sagen, Sie im Publikum hier im Saal können Ihre Fragen an das Podium stellen, auch das wird noch übertragen, es ist 19.32 Uhr, tut mir leid, wir haben überzogen. Ihre Fragen, es gibt zwei Saalmikrofone, jeweils in den Gängen, das Prozedere ist Ihnen bekannt, es gibt noch Mirko mit dem Mikro und zwei jungen Menschen an den Rechnern, zwei Damen, auch die Quote in diesem Fall dann hier endlich mal. Also, ich finde im Übrigen, wir sollten nicht nur fragen zu lassen, sondern wenn jemand eine gute Idee hat, wie man zum Beispiel das mit dem Enforcement macht, wie man das mit der Transparenz, Aber vielleicht darf ich als Moderator eine kleine Einschränkung machen. Ich würde sagen, keine Referate, keine großen Erklärungen, weil wir haben noch über 20 Minuten maximal, wir wollen sicher sehr viele Leute bringen und wir machen es im Radio, sodass es auch ein bisschen von Relevanz ist, was ich, wenn ich jetzt im Stream oder im Radio zuhöre, was ich verstehe, also vielleicht meine Bitte dann auch eine gewisse interne Diskussion auf ein Niveau zu brechen, die allgemein verständlicher ist. Legen wir los. Wir machen im Wechsel rechts, links und dann einmal hier Mails und andere Wortmeldungen. Wir fangen von mir aus rechts an. Ich hätte einen Kommentar und einen Vorschlag, mehr oder minder. Erst mal der Kommentar. Es hat auf dem Podium immer so ein bisschen geklungen wie dieser Vergleich mit dem Strommarkt, als hätten wir nicht genug Strom und es ginge darum, dass man für mehr Geld nicht einen höheren Durchsatz kriegt. Aber darum geht es natürlich mitnichten. Es geht darum, dass man bei einem Stromanbieter, dass die Kaffeemaschine von Moulinex besser funktioniert, als die Kaffeemaschine von Siemens mit dem Strom. Das ist die Frage bei Netzneutralität. Es geht nicht darum, für mehr Durchsatz mehr zu bezahlen, sondern dass der Durchsatz selber, dass der eine Farbe hat. Das ist erst mal nur zur Richtungsstellung. Das hat immer so ein bisschen Kumpel. Und das Zweite, worauf ich hinweisen wollte, ist, bei der ganzen Diskussion muss man sich immer vor Augen halten, dass es konkrete Zahlen zu den Netzauslastungen gar nicht gibt. Also die Bundesnetzagentur selber hat überhaupt gar keinen Schimmer. Also bei jeglicher Diskussion müsste man eigentlich jedes Mal auch erst mal fordern, Leute informiert euch, fordert die Zahlen von den Providern und so weiter. Also die ganzen Diskussionen schweben total eigentlich in der Luft, weil, was Andreas Buck gesagt hat, dass verschiedene Dienste verschiedene Ansprüche haben, ist ja richtig, aber vielleicht kollidieren ja gar nicht. Vielleicht kollidieren die gar nicht, weil die Leitungen ja eigentlich sogar dick genug sind. Danke für den Hinweis, auch der Bundesnetzagentur fehlt die Transparenz, das ist ganz klar, sozusagen sie weiß auch nicht, was passiert, das wissen alle nicht. Und die Netzagentur hat momentan zumindest auch nicht das richtige Instrumentarium, ihrer Meinung nach, das in Erfahrung zu bringen. Der Wechsel nach links, von uns aus, hier oben. Ich nehme das Mikrofon an. Jetzt ist an. Okay. Wir blicken ja immer so ein bisschen auf die Netzneutralität mit Blick zurück, wie es vorher war. Und das ist irgendwie gar nicht so richtig angesprochen worden, was wir früher hatten, so sagen wir 2000. Was man damals ja gemacht hat, ist, man hat einfach für 30 Euro seinen Telefonanschluss gehabt. Das war dann ISDN oder sowas. Da hat man sein Telefonat führen können und hat garantiert gehabt, dass dieses Telefonat auch als Telefonat funktioniert und dass die Datenpakete rechtzeitig ankommen, damit man eben diesen Dienst machen kann. Und dann hat man separat davon, nochmal für 20 Mark oder 30, was weiß ich, sein Internet gekauft. Und damit war auch klar, welche Pakete jetzt die wichtigen Pakete sind, nämlich die vom Telefonanschluss und welche Pakete jetzt nach bestem, gewissen, bestem Versuch zugestellt werden, nämlich die von dem Internetanschluss. Und das war auch damals schon so, dass wenn man irgendwie ein Spiel spielen wollte, dass dann die Leute besser dran waren, die ISDN hatten, die also ihren Telefonanschluss, bei dem sie dafür bezahlt haben, dass der die Pakete möglichst schnell zustellt und ohne Verzögerung, dass die besser waren in dem Spiel und bessere Chancen hatten, als die, die ihren Internetanschluss benutzt haben. Und aus der Sicht, ich persönlich will zu etwas zurück, wo ich als Benutzer entscheiden kann, okay, dieses Paket hier ist jetzt für mich ein Telefonpaket, das möchte ich möglichst schnell da haben und dieses Paket ist mir nicht so wichtig und das müssen wir jetzt eigentlich einfach nur wieder irgendwie aufbauen. und das ist ja für mich der Punkt, zu dem wir zurück wollen, von dem wir jetzt weggekommen sind, in dem die ganzen Telefonnetze langsam umgebaut werden und für mich ist das irgendwie auch die Definition von Netzneutralität. Wir werden auf jeden Fall unseren Enkeln von der Zeit erzählen, wo das Telefon immer ging. Wo es vorhin um SMS und Datenmengen und Kosten gingen, also ganz am Anfang waren SMS im D-Netz umsonst, Leute, umsonst. Geld hat das erst gekostet, als sie gemerkt haben, dass man damit Geld verdienen kann. Das haben sie nämlich am Anfang nicht geglaubt. Also als Einwurf. Ja, jetzt kommen wir zu einer Frage zum Internet. Da haben wir bisher leider nur zwei. Eine Frage aus dem Chat an Andreas. Wäre deine Position in etwa, dass Priorisierung auf Protokollbasis auf Protokollbasis in Ordnung ist, aber Priorisierung auf Basis des Inhaltes nicht? Nein, noch nicht mal auf Protokollbasis. Was ich da für ein Protokoll spreche, geht dem Internetprovider überhaupt gar nichts an. Sondern es geht einfach nur darum, es geht um labelbasierte Entscheidungen. Also ich möchte gerne dem Paket sagen können, das jetzt bitte schneller. Es gibt in der Praxis ein paar Probleme, weil wenn man so einen TCP-Flow hat, will man ja auch, dass die Pakete in der Rückrichtung genauso schnell sind. Aber das ist so das Idealbild, das ich da sehe. Nicht protokollabhängig, nicht inhaltsabhängig, nicht portabhängig, nicht adressenabhängig, sondern ausschließlich briefmarkenabhängig. Hier werden zwei Karten hochgehalten, auf der einen steht wichtig, auf der anderen unwichtig. Genau. Also wenn Quality of Service, dann genau darüber. Nichts anderes. Wir machen weiter rechts mit dem Saalmikro, bitte. Ja, ich finde es so ein bisschen schade, dass immer dieses Bild bemüht wird von dem Express-Paket, weil es ist überhaupt kein Problem, irgendwie was Vernünftiges auf die Beine zu stellen für private Endkunden. Dann machst du Mindestbandbreite und dann ist gut und dann kannst du halt mehrere Verträge über verschiedene Logins auf deiner Box laufen lassen und dann, wenn du zocken willst, nimmst du den teuren und wenn du halt mailen willst, den billigen. Ich glaube halt, das Problem, das Bild hinkt, weil das Problem ist eigentlich irgendwie, dass die Telekom oder wer auch immer die Kohle haben will von Google. Und das ist halt ungefähr so, in dem Originalbild ist es ja, Neckermann liefert es irgendwie mit dem Express-Paket, aber das kostet mich mehr. Und das ist halt irgendwas, was im Netz nicht geht, sondern wir reden jetzt davon, irgendwie ein Neckermann besticht den Postboten, damit der das schneller dahin trägt. Und angesichts der, ich sag mal auch der analogen Bandbreite von dieser Diskussion, finde ich es nicht unerheblich, darauf hinzuweisen, dass das Bild hinkt wie Hölle. Weil es ist auch, Pakete werden auch so per Package bezahlt und Netz bitte nicht. Und also ich finde es schade, dass diese Bilder mal bemüht werden, sie sind ein prima Einstieg, aber sie reflektieren überhaupt nicht die Probleme. Ich würde da widersprechen wollen. Also ich finde das Paket, natürlich ist das eine Metapher und natürlich hinkt die auch ein bisschen. Aber wir haben im Grunde genommen tatsächlich zwei Probleme. Das eine ist das von dir angesprochene Problem, Neckermann besticht den Postboten. Das andere ist, der Postbote schmeißt einfach die Pakete weg, die irgendwie von dem Konkurrenten der Post, die vom Konkurrenten der Post stammen. Also irgendwie das Beispiel, ich kann keinen Skype machen auf meinem mobilen Internet, was soll denn das? Das ist ein ganz klarer Fall davon, dass da irgendwie so mein Paket weggeworfen wird. Nachfrage? Nicht wirklich, ich meine, ob es jetzt Neckermann ist oder ich, ist mir eigentlich egal. Irgendjemand muss den Mann dafür bezahlen, dass er es trägt. Das macht nicht das Bild wieder ganz. Ja, all diese Vergleiche hinken. Auch wenn man es mit Straßen und Autos vergleicht und so hinkt das so ein bisschen. Aber als Krücke, um es zu erklären, für Leute, die Netzneutralität noch nie gehört haben, taugt es, glaube ich, doch. Aber du hast natürlich recht, dass all diese Vergleiche hinken und dass die Realität da ein bisschen komplexer ist, als das mit der Normalzustellung und der Expresszustellung bei einfachen analogen Postpaketen der Fall ist. Das stimmt schon. Wir machen weiter links außen im Saal. Brauchen wir Netzregulierung oder brauchen wir Monopolregulierung? Vielleicht beides. Schauen wir uns mal kurz an, was im Telekommunikationsbereich passiert. Dort wird gesagt, wenn Provider A ein Gespräch zu Provider B vermittelt, darf er dafür so und zu viel Geld verlangen beziehungsweise muss er uns so viel Geld weitergeben. Eigentlich wollen wir doch genau dasselbe auch im Internet haben. nur, dass es eben unabhängig davon sein muss, wer die einzelnen Provider sind. Das heißt, ich als lokaler, kleiner Dienstleister kaufe mir 10 MB Traffic mit folgenden Garantien ein. Das muss ich zu denselben Konditionen machen können, egal wo in Deutschland ich bin, wenn die Zugangstechnologien vergleichbar sind. Wenn man solche Preise staffelt, habe ich ein System, das funktioniert unabhängig davon, ob ich 10 MB Traffic im Monat mache oder 100 GB oder 100 TB. Und unabhängig davon, ob ich jetzt YouTube bin und damit ein besonders attraktives Ziel oder nicht. Funktioniert das nicht wesentlich besser, insbesondere in Kombination mit der vorgeschlagenen Quality of Service Regulierung über Paketklassen an den Endpunkten? Naja, das ist ja genau das, was wir angesprochen haben mit dem Vorschlag, dass man vielleicht Peering-Regelungen braucht, die zum Peering verpflichten. Ich persönlich finde, so wie Andreas das gesagt hat, dass man Anbieter verpflichtet, an so und so viele Standorten mindestens zu sein, vielleicht problematisch im Hinblick auf sehr kleine Anbieter. Das könnte diskriminierend wirken. Aber dort, wo Sie Standorte haben, sollten Sie meiner Meinung nach dazu verpflichtet werden, alles weiterzuleiten, ohne Ansehen des Paketes. Das würde das Problem doch schon bedeutend entschärfen, oder? Kleine Anbieter brauchen meistens kein extremes Datenvolumen, das sollte man auch bedenken. Also Dienste, die ein sehr hohes Datenvolumen haben, haben meistens sowieso die Notwendigkeit, in der Fläche zu skalieren, sodass sich das Problem nicht stellt. Gut, wir nehmen den Mittelweg, machen weiter mit den Wortmeldungen aus und im Netz. Ja, diesmal keine Frage, sondern eine Aussage. Wenn ich frische Leitungen lege, will ich mir von niemandem vorschreiben lassen, was ich damit mache. Wenn mein Kunde damit einverstanden ist, dann will ich in seine Pakete reinschauen dürfen. Wenn ich dann aufgrund von Ziel-IP-Ranges unterschiedliche Preise verlange, kann das unmoralisch sein. Es kann aber auch sinnvoll sein, dazu gleich mehr. Ich will aber nicht ständig beweisen müssen, wo gerade der Sinn von meinen Aktionen ist. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, im Standardtarif für meinen Kunden keine Wikileaks anzubieten. Wikileaks könnte im Monat 5 Euro extra kosten, weil der Server auf dem Mars ist und eine Kommunikation dorthin extrem teuer sein kann. Hat überhaupt jemand das Recht, in freie Entscheidungen zweier Vertragspartner einzugreifen? Das ist, glaube ich, ein klarer Fall von Leuten wie du sind der Grund dafür, dass wir Netzneutralitätsregeln brauchen. Also, um es nochmal zu erklären, klar, Vertragsfreiheit ist richtig, wird dann problematisch, wenn Monopolstrukturen existieren, kein freier Markt gewährleistet ist, wie das irgendwie ein Telekom, das ist die Post, das wurde jahrzehntelang subventioniert mit wirklich, wirklich doll viel Geld und man hat einfach gar keine Chance, gegen die in Wettbewerb zu treten. Und wenn ich einen Dienstleister beauftrage, für mich in meine Pakete reinzugucken, um die zu klassifizieren, das ist auch völlig in Ordnung. Das Problem tritt dann auf, wenn er das tut, weil er der Meinung ist, er möchte das tun, um mir ein bestimmtes Businessmodell aufzuzwingen. Wir machen weiter mit dem Saalmikrofon, rechts bitte. Ich habe nur einen kleinen Denkanstoß, und zwar, was wäre denn das Internet der Telekom ohne die ganzen Inhalte, ohne Wikipedia, ohne Google und ohne Internetpornografie? muss man nicht in die andere Richtung denken und sich überlegen, wie viel Prozent seines Umsatzes muss die Telekom denn an die ganzen Inhalteanbieter ausschütten? Also, die Diskussion geht in die falsche Richtung. Danke für den Denkanstoß, aber ich möchte zu bedenken geben, es gab mal die gute alte Zeit von BTX und DATEXJ und ganz ehrlich, also insbesondere der Schrudelkram, der war eigentlich einer der Geldbringer in dem Ganzen. Also, insofern ist es ein bisschen schwierig, ein bisschen glatteismäßig. Die Telekom ist Anbieter in dem Markt, ja, das ist richtig. Nicht zu knapp, um genau zu sein. Hallo, ich habe eine Frage zu dem Vorwurf, der eben gemacht wurde, dass wenig Interesse an neuartigen Kompressionsmethoden besteht. Und da frage ich mich aber, warum das relevant ist, denn inwiefern hat denn der Carrier darüber zu entscheiden, wie YouTube seine Videos komprimiert? Das ist ja eigentlich eher in YouTubes Interesse, das möglichst effizient zu tun. Es sei denn, YouTube hat auch eine Flatrate für alles. Also, wo ist da der Zusammenhang? Nein, da muss man aufpassen, und zwar einfach insofern, als dass, natürlich, wenn du bei der Telekom dann mitpeeren möchtest, auch wenn du ein Content-Delivery-Network hast, na klar, ich meine, hey, die Telekom hält die Hand auf dafür. Gar keine Frage. Ich glaube, in dem Fall ist es eher das Problem, dass man diesen scheiß Codec in den Flashplayer reinkriegen muss. Also, who's to blame, Adobe? Also, Adobe ist das Problem, ja? Nicht zum ersten Mal, ja. Naja, nicht nur Adobe, sondern das Problem ist einfach darin, beispielsweise kann man Videodaten transportieren auf Protokoll-Ebene mit einer Fehler-Datenberechnung. Dazu brauche ich dann aber die Provider, die dieses Protokoll auch mit unterstützen. Das kann ich als Endnutzer oder als Anbieter nicht einfach selbstständig machen. Und da ist in den Diskussionen im Augenblick noch ein ziemlicher Knackpunkt. Wir gehen nochmal wieder auf die Wortmeldungen im Netz ein. Ja, Bene Roth fragt aus dem Chat, ist die Deklarierung, dass meine Pakete schneller ausgetragen werden, nicht bereits durch die Wahl des Internet-Abonnements gemacht, sodass es hier keine zusätzlichen Labels braucht? Frau Glück. Ja, jetzt könnte man natürlich lange darüber philosophieren, was man da eigentlich gekauft hat. Wenn man da etwas gekauft hat, respektive was für einen Dienstleistungsvertrag man dort abgeschlossen hat, man hat im Regelfall einen Dienstleistungsvertrag über die Zurverfügungstellung einer gewissen Bandbreite abgeschlossen. Und was man da geliefert bekommt, ist im Regelfall, das weiß auch jeder, der hier im Raum sitzt, nicht die gesamte Bandbreite, die man dort gerne hätte, sondern eher ein bisschen weniger. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, danach zu weisen, dass das nicht so ist, und dass das ein Qualitätsmangel ist. Und da muss man noch einen Anbieter finden, der besser ist an der Stelle. Aber gut, manchmal gibt es das sicherlich auch, dass ein Provider wirklich genau das auch dann liefert. So, aber habe ich das tatsächlich da schon mit gelöst? Nein, denn die Frage ist ja eigentlich, und das ist auch so ein Knackpunkt, bei dem ich glaube, es wird knapp, den heute noch auszudiskutieren, aber ich finde, wir sollten ihn auf jeden Fall andiskutieren. Nämlich die Frage, wo habe ich eigentlich die Möglichkeit, Labels zu vergeben und eine gewisse Priorisierung auch durchzuführen? Also ich würde jetzt ja immer sagen, Andreas, Wuchs Lösung, zu sagen, ich möchte gerne selber entscheiden, wo klebe ich ein Label drauf, was soll schnell zu mir kommen, was soll langsam zu mir kommen, das würde ja nur dann funktionieren, wenn ich wirklich so eine Art Ende-zu-Ende-Leitung tatsächlich hätte. Also MLPS von bei dir zu Hause bis dann zu dem Punkt, wo es losgeschickt wird, bin mir dann nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Warum denn nicht? Ich habe da eine ATM-Leitung zu Hause, was die Leute gar nicht mehr wissen, dass DSL ja eigentlich ATM ist. Das geht alles. Ja, gehen tut das. Aber die Frage ist sozusagen, ist es sinnvoll am Ende? Weil natürlich, unser aller Daten werden am Ende immer noch im gleichen Netz sein, in irgendeiner Form, wenn auch an unterschiedlichen Stellen im Zweifel. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel die Priorisierung A getroffen habe, du hast die Priorisierung B getroffen, wie geht unser Provider damit um? Also es gibt eine Definition von Netzneutralität, die man vielleicht an der Stelle zitieren sollte, und zwar, dass Netzneutralität ist, wenn ich eine bestimmte Servicequalität eingekauft habe und du eine bestimmte Servicequalität eingekauft hast, das ist das Minimum dieser beiden Servicequalitäten, die uns zur Verfügung stehende Bandbreite ist. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich da selber, nein, ich brauche da auch noch mal einen kleinen Moment, um darüber nachzudenken, gar keine Frage, weil an der Stelle, die Definition war mir noch nicht bekannt, sage ich ganz klar. Die spannende Frage ist aber, was bedeutet das denn, wirklich jetzt in der Summe, wenn jetzt wir alle nur noch unsere Mindestqualitäten als Bandbreite haben quasi? Ja, Moment. Man muss doch mal überlegen, was ist die gegenüberstehende Forderung? Die gegenüberstehende Forderung ist der totale Verzicht auf Quality of Service und das heißt, Best Effort für alle. Und dann, also es geht eigentlich bloß darum, Dienste dazu zu bekommen, technische Möglichkeiten dazu zu bekommen, wenn ich sage, Quality of Service oben drauf. Das klingt aber ein bisschen nach digitalem Faustrecht. Also derjenige, der kein Label draufgeklebt hat, ist auf jeden Fall der Gelackmeierter, ja? Ja, das ist dann irgendwie Internet of the Note, also. Wir machen mit dem Saalmikrofon rechts, bitte weiter. Hier in der Diskussion wurde jetzt ja ganz ähnlich wie im neuen TKG-Entwurf und auch im Richtlinienpaket Transparenz quasi als Basisregulierungsinstrument angesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, also wenn ich eure Aussagen auch richtig verstanden habe. Aber ist das nicht ein bisschen problematisch, weil wenn wir irgendwie an Verbraucherschutz über Transparenz denken, dann denkt man doch an Beipackzettel von Herrn Zwei-Mitteln oder AGB, die einfach so lang sind und so unverständlich, dass die keinem Verbraucher wirklich weiterhelfen. Und ich frage mich, ob man das Netzneutralitätsproblem wirklich in den Griff bekommt, indem man quasi dem AGB der Zugangsanbieter jetzt eben noch 30 weitere Paragrafen hinzufügt, die vielleicht für die Leute in diesem Raum verständlich sind, aber für die Durchschnittsverbraucher doch sicherlich keine große Rolle spielen bei der Anbieterwahl. Also da gibt es einen relativ simplen Ansatz, damit umzugehen, nämlich das ist einfach mal zu sagen, Internet ist best effort und neutral und alles andere darf ich nicht als Internet verkaufen. So, das wäre eine relativ simple Lösung dafür. Wird politisch schwer durchzusetzen sein. Und der ein oder andere käme dann sicherlich auch noch auf die Idee, Internet Plus zu verkaufen oder ähnliches, damit Andreas auch noch glücklich wird. Extra für ihn mit Labeling-Möglichkeiten. Nein, aber von der Grundidee her wäre das eine Möglichkeit. Das heißt, man muss es natürlich runterbrechen. Aber da spreche ich jetzt wirklich mal aus dieser ganz klassischen Verbraucher-Informationsecke. Natürlich ist es überhaupt nicht sinnvoll, wenn ich dann einen 37-seitigen Vertrag bekomme, wie ich das teilweise bei ISPs tatsächlich bekomme, wo dann irgendwo klein mit drinsteht, ach übrigens, wir shapen auch noch dieses weg und jenes weg und ja, tut uns leid, wenn mal zufälligerweise, wenn gerade viel Traffic ist, Voice-over-IP nicht geht, haben Sie leider Pech gehabt. Oder vielleicht funktioniert Voice-over-IP einfach grundsätzlich bei dem Provider nicht oder steht nur ganz klein in Vier-Punkt-Schrift, grau auf weiß irgendwo. Das kommt durchaus vor sowas. Also klar, ist nicht wünschenswert. Das heißt, es muss klar gelabelt sein, da muss man den Modus finden, wie man das auch ganz klar sagen kann. Ich habe noch eine Frage. Ich finde es ja interessant, diese Erfolgsgeschichte von Flachbildschirmen, die waren erst HD-Ready, dann waren sie HD-Ready, dann waren sie HD-Ready-Plus, HD-Ready-Plus 200 und ich weiß nicht was. Also ich glaube, der Verbraucher ist letztlich nur noch desorientiert, was auch immer, mit dem Plus-Ready oder wie auch immer, sodass, ob der Zettel jetzt eine Seite oder zehn Seiten lang ist, es liest sich keiner durch und es verstehen noch weniger, was eigentlich draufsteht. Und es gibt da noch viel schönere Beispiele. Wer von euch hat hier eine Waschmaschine und einen Kühlschrank? Sowas haben ja die meisten. Schon mal auf die Energieeffizienzklasse geguckt? Energieeffizienzklasse ist das, was regelmäßig nachjustiert wird oder halt eben nicht nachjustiert wird, wenn plötzlich alle Geräte im Laufe der letzten 20 Jahre in die Geräteeffizienzklasse A gekommen sind. Danach sind sie nämlich alle A, weil natürlich niemand mehr B gekauft hat und C und D und so weiter, also hohen Verbrauch. So, was ist passiert? Jetzt hat man einfach A, A++++++ und so weiter eingeführt. Das ist natürlich total sinnvoll, weil am Ende alle A sind und alle das Beste haben, nur dann muss der Verbraucher am Ende wieder erst mal verstehen, dass es dann auch noch A++++++++ geben könnte, was vielleicht tatsächlich sparsam sein könnte gegenüber A+. Also insofern, das ist natürlich vollkommener Unfug, nicht verständlich. Das Gleiche sehen wir bei Lebensmittelampel, Lebensmittelkennzeichnung. Es gibt tausende solche Beispiele, wo einfach miserabelste Verbraucherinformation stattfindet. Überhaupt keine Frage. Und dieser Bereich ist einer, da machen wir uns auch bitte nichts vor. Hier im Raum verstehen mit Sicherheit nicht alle, was Netzneutralität eigentlich ist, was Quality of Service ist. Klar, ein Stück weit immer. Ich auch nur ein Stück weit. Ich sage auch nicht alles. Aber am Ende, das auch noch jemandem zu erklären, was das jetzt bedeutet. Ist es denn schlimm, wenn bei dem einen oder anderen dann YouTube nicht läuft? Ja, also erklärt es bitte euren Eltern. Macht es mal. Versucht es mal. So was gemeint. Wir machen mit dem Saalmikro links bitte weiter. Ja, ich finde, das Netz sollte einfach so neutral wie möglich sein. Also die Anbieter sollen die Konsumenten als auch die Lieferanten, was ja im Internet sowieso nicht zu trennen ist, so fair wie sie können behandeln, alles möglichst gleich verteilen. Wenn ich Quality of Service will, dann ist es meine Entscheidung, dann kann ich das labeln. und dann hat der Netzbetreiber das versuchen, zu respektieren und nach meinen Wünschen umzusetzen, ohne andere User dadurch zu benachteilen. Also dass ich jetzt quasi nur mein Traffic, dass der gewertet wird, wie er durchgeleitet werden soll, aber dass trotzdem noch alle, wenn sie es auch nicht leben, trotzdem noch ihr Internet weiterkriegen, so wie es halt war. Das ist jetzt sozusagen der Ansatz, dass man sagt, guckt nicht in die Datenpakete rein, guckt euch nicht an, woher es kommt, wohin es geht und sonst wie. Seid transparent, drosselt und filtert es nicht und gebt mir die Möglichkeit, wenn ich will, da wichtig und unwichtig drauf zu kleben, damit es entsprechend behandelt wird. Ja, könnte man so machen. Ein Problem wurde ja schon angesprochen, dass dieses Flatrate-Problem ist, jetzt wenn ich jetzt als Beispiel genommen nur 1.000 Expressbrichmarken umsonst kriege, klebe ich die überall drauf, auch wenn es unwichtig ist. Ah, da könnte man ja auch technische Lösungen finden, dass man da ein, sag ich mal, ein Creditsystem einführt, wenn jemand viel als wichtig deklariert, dass es denn dieses Wichtig nicht so wichtig ist, wie von jemandem, der nur manchmal Wichtiges verschickt. Einfach so, da kann man technische Lösungen finden, meiner Meinung nach. Ja, technische Lösungen kann man da bestimmt finden, ja. Wir machen nochmal mit dem Chat weiter, bitte. Ja, eine Aussage von einem anonymen Chat, ein Problem, das bisher noch gar nicht angesprochen wurde, ist die Vielschichtigkeit des Netzes. Mein ISP bekommt die Daten nicht von YouTube, sondern YouTube liefert an einen ISP, der Transit bei einem Backbone-Netz kauft, von wo mein ISP die Daten bekommt. Wenn Pakete priorisiert werden, dann müsste diese Priorisierung durchgängig funktionieren. Aber das passt überhaupt nicht dazu, wie Backbone-Zugänge abgerechnet werden. Ja, es ist eine völlig richtige Beobachtung, wie man mit Transit-Traffic umgeht, ist bei der ganzen Betrachtung noch ungelöst. Es ist aber, also insofern zumindest erschlagen, dass ISPs derzeit Quality of Service sowieso nur innerhalb ihres eigenen Netzes garantieren können. Und dass in dem Moment, wo es einen Peering-Zwang gibt, immer noch jemand sagen kann, ich will zu euch ins Netz Daten liefern, also baue ich mir einen Übergabepunkt da auf, wo es euer Netz gibt. Also ist alles noch nicht fertig gedacht, aber es ist ein interessanter Punkt, den man berücksichtigen muss. Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung dazu, aber wirklich fix. Unter dem Aspekt ist dieser Google-Verizon-Deal, den die ein oder anderen vielleicht mitbekommen haben, also eine Abmachung zwischen Google und Verizon, also einem der größten Carrier in den USA, auch ganz interessant. Insofern ist das, dass die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch gleichzeitig ein Tier-One-Provider sind, Verizon. Und sozusagen Verizon hat sich verpflichtet, dass Festnetz alles eigentlich neutral behandelt werden müsste. Das ist ganz interessant, weil das heißt dann automatisch eigentlich auch, dass untereinander in den ganzen Tier-One-Providern alles neutral behandelt werden müsste. Das wäre vielleicht, also ist vielleicht ganz interessant, sich das da nochmal genauer anzugucken, für alle, die es wirklich so im Detail interessiert. So, wir haben noch drei Minuten. Wir machen einfach rechts weiter mit dem Saal-Mikro und hoffen, dass wir noch eine oder maximal zwei Fragen unterkriegen. Deswegen auch die Frage ganz kurz und knackig. Gehen wir mal einen Schritt zurück von den großen Backbones. Die 6 haben wir von Andreas und Susi gehört. Aktuell nur ein Zehntel Auslastung von Falk. Es wird Bandbreite bis an den End-User verkauft. Inwiefern macht da diese letzte Meile, was in dieser Quality-of-Service-Geschichte etwas aussieht? Also, wir kommen jetzt an einen ganz witzigen Punkt eigentlich in der Entwicklung des Internets, nämlich, dass eigentlich tatsächlich der Bottleneck in absehbarer Zeit nicht mehr sozusagen unbedingt da liegt, wo wir es immer hatten früher, nämlich traditionell in der Telefonleitung, also in dem Anschluss nach Hause. Das liegt einfach daran, dass wir halt Glasfasernetze bis, Fiber to the Home, Fiber to the Curve, da muss man mal gucken, wie das genau aussieht dann, je nach Anbieter auch. In manchen Regionen gibt es das halt wirklich schon als Fiber to the Home, wo es wirklich eine Glasfaser bis nach Hause liegen habe. Das ist natürlich extrem schnell. Jetzt ist aber die Frage, wie schnell ist das davor, das Metropolitan Area Network, was da eigentlich davor stecken müsste. Ist das in der Lage, die gesamten Kapazitäten dann auch wirklich durchzuschleusen im gleichen Tempo? Ist eine spannende Frage. Ja, ich habe keine Antwort darauf, aber ist ein wichtiger Aspekt davon. So, kurze, knackige Frage links, eine Minute, maximal eine Minute Antwort. Vielleicht einfach ein Statement. Und zwar bin ich der Meinung, dass man einfach sagen sollte, die Nutzer sollten anstatt der Provider über die Quality-of-Service entscheiden können, in dem Sinne, dass nicht mein Provider irgendwie guckt, ja, dieses Paket gefällt mir, sodass Nutzer untereinander diskriminiert werden und einige benachteiligt werden, sondern dass ich mir aussuchen kann. Ich habe ein Mbit für High-Quality-Traffic, der super schnell geht. Und ich habe 20 Mbit dazu für Sachen wie Downloads oder so, die nicht so spannend sind, dass sie so schnell in so eine geringe Latenz haben müssen. Und ich entscheide darüber als Nutzer, welches Label ich draufknalle. Und damit habe ich die Kontrolle darüber, was da passiert. Würde ich, glaube ich, ein ganz schnelles Statement machen wollen. Das ist der Punkt, wo wir ganz schnell hin müssen, indem wir dafür die technische Infrastruktur schaffen. Weil gerade ist es so, dass, Zitat eines Backbone-Providers, wenn wir das BitTorrent nicht shapen würden, könntet ihr kein SSH mehr machen, Zitat Ende. Als Gedanke könnt ihr es mit nach Hause nehmen. Gut, dann machen wir den Punkt, nehmen den Gedanken mit nach Hause. Das war das Thema Netzneutralität und Quality of Service-Fakten auf den Tisch. Eine Live-Diskussion hier beim 27. Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs am Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz. Die Moderation hatten Uli Blumenthal und Peter Welchering. Wir gehen zurück ins Funkhaus und verabschieden uns von den Hörern und die, die uns über das Internet gestreamt haben und sagen Danke und auf Wiedersehen für die und an die, die hier im Saal waren. Applaus und in der Mitte. Waage Committee über die und an die, die hier im Saal waren. Aus der Mitte. Bis zum nächsten Mal, dass es nicht so. Und das ist nicht so, Aber die, die uns über die,